Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nintendo News, die wieder mal präsentiert wird von meinem Dauerpartner InstantGaming.com. Schaut mal unten rein, denn da gibt es gerade The Dark Pictures, House of Ashes für gerade mal 21,99 Euro und natürlich viele andere günstige Sachen sowie das neue Gewinnspiel. Aber jetzt legen wir los mit der News. Starten wir mal mit der Grand Theft Auto Trilogy und jetzt könnte man sich sagen, ist das nicht eher ein Thema für die Nerd News? Ja, könnte sein, aber es gibt ein spezielles Ding für die Nintendo Switch, denn tatsächlich werden Touchscreen und Gyro-Sensoren unterstützt. Ich bin mal gespannt, wie das ablaufen wird, denn Chinatown Wars zum Beispiel hätte ich sehr gerne auch auf der Nintendo Switch. Das hat mir damals auf dem Nintendo LLS mit den Touchscreen-Fähigkeiten sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hat man ja hier ähnliche Sachen. Nur zur Vervollständigung für die anderen Versionen wird es 4K und 60 Frames geben, beziehungsweise für den PC noch DLSS von Nvidia. Aber eine zweite Tatsache lässt mich denn doch sehr schlucken, denn nachdem wir ja gesehen haben, dass die Hersteller sich gerne mal bei physischen Versionen eine größere Cartridge einsparen, könnte das jetzt auch bei GTA der Fall sein, beziehungsweise bei der Trilogy, denn die wiegt tatsächlich auf der Nintendo Switch 25,4 Gigabyte. Das ist immer noch ein bisschen weniger als auf den anderen Konsolen, aber ja, wir haben ja schon bei anderen Rockstar Games gesehen, dass das dann darin resultieren könnte, dass die Cartridge zu klein ist und der Rest runtergeladen werden muss. Ich hoffe einfach mal, dass es bei diesem Prestigeprodukt nicht der Fall ist. Ansonsten erwarten euch überarbeitete Grafiken, neue Charaktermodelle, viel schönere Beleuchtung und bessere Texturen, also eine Rundum-Überarbeitung. Allerdings hat man sich noch nicht über den Soundtrack ausgesprochen und das könnte gerade bei Vice City sehr, sehr spannend werden am Ende. Das Weihnachtsgeschäft von Nintendo wird ein bisschen kleiner, denn AdWords Wars 1 plus 2 Reboot Camp verschiebt sich auf 2022. Sollte es ursprünglich noch dieses Jahr rauskommen und das kurz vor Weihnachten, ist es jetzt im Frühling 2022 soweit. Also ja, für alle die, die sich darauf gefreut haben, die müssen noch ein wenig warten. Crysis 2 und 3 und auch der erste Teil auf der Nintendo Switch sind eine technische Meisterleistung. Und ja, der erste Teil hatte ein bisschen einen schwachen Start, dafür sind Crysis 2 und 3 umso besser. Und jetzt kommt der Punkt, die werden noch besser. Denn die haben jetzt einen Patch bekommen, der nochmal einige Verbesserungen mit sich bringt. Es wurde unter anderem zum Beispiel an der Stabilität, an der Audio-Performance und an der Lokalisation gearbeitet. Aber zu guter Letzt sogar noch an der Geschwindigkeit der Spiele. Und die liefen schon recht stabil bis auf Crysis 3. Das hatte manchmal so ein paar kleine Nachladeruckler oder vielleicht auch hier und da mal einen ganz kleinen Frame-Drop. Aber jetzt geht man die auch noch an. Und das finde ich echt erstaunlich. Ich hoffe ja, dass ein Crysis 4 kommen wird. Ich habe Crysis 1 zum Beispiel sehr gemocht. Aber auch Nintendos momentaner AAA-Titel, Metroid Dread, hat ein paar neue Fixes bekommen. Und der ist ziemlich speziell. Neben dem Patch, der jetzt generelle Improvements mitbringt, gibt es auch ein spezielles Thema, was angesprochen wurde. Wenn ihr den Map-Marker nämlich auf eine Tür platziert habt und die später zerstört wurde, dann könnte es sein, dass sich die Software beendet hat. Also ja, es ist mittlerweile echt erstaunlich, wie komplex Software ist. Sogar bei einem relativ einfach aussehenden Spiel wie ein Metroid Dread. Und das konnte dazu führen, dass das ganze Spiel abgestürzt ist. Ich bin immer wieder erstaunt, dass man sowas in irgendeiner Weise denn doch noch rausfindet. Aber ja, sowas kann man heutzutage nicht mehr testen. Lasst mal eure Meinung unten da. Wie ist das bei euch? Seid ihr euch sicher? Kann man Spiele überhaupt noch bugfrei rausbringen? Mit einem kleinen Team, was das testet? Oder muss es vielleicht sogar an die Leute herangetragen werden? Eure Meinung würde mich mal interessieren. Ansonsten kann sich Metroid Dread aber überhaupt nicht beschweren. Denn in Japan ist das Spiel ein Mega-Erfolg. Und auch weltweit verkauft sich das richtig, richtig gut. Und ja, man kann sagen, Metroid Dread hat es jetzt erst auf den zweiten Platz verdrängt. Und das ist für ein Metroid-Franchise schon ziemlich stattlich. Was allerdings viel stattlicher ist, ist tatsächlich das Nintendo Switch OLED-Modell. Und in Japan ist das ein absoluter Erfolg, das Ding. 32.000 Mal hat es sich alleine in der letzten Woche verkauft. Und 170.000 Einheiten wurden mittlerweile durchverkauft. Und das ist wirklich krass. Der Nintendo Switch hat sich neben dem auch nochmal 30.000 Mal verkauft. Ungefähr 17 Millionen Einheiten wurden jetzt in Japan abgesetzt. Auch die Switch Lite, naja, sagen wir mal, die krepelt ein bisschen rum mit 9.500 Einheiten. Aber immerhin, sie verkauft sich auch noch recht stattlich. Und damit macht Nintendo echt ein Riesengeschäft. Und ja, tatsächlich haben die Leute wirklich nur auf das OLED-Modell gewartet, nachdem ja die Kurve ein bisschen runterging die letzten Wochen. Ich finde es erstaunlich. Ich sage es mal so, für Handheld-Gamer natürlich die perfekte Konsole. Besser verarbeitet, besserer Screen, besserer Sound. Und für mich ist sie eher unrelevant, weil ich benutze sie nur im Dock. Nur mal zum Vergleich. Die PlayStation 5 hat sich in Japan 939.000 Mal verkauft. Und die Xbox Series X gerade mal 64.000 Mal. Naja, Xbox und Japan halt. Zu guter Letzt noch eine ganz kurze Meldung, kurz vor dem Launch von Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspass. Denn der N64-Controller, den ihr bei Nintendo bestellen konntet, ja, der unterstützt tatsächlich die Rumble-Funktion für die verschiedensten Spiele. Ich bin echt darauf gespannt, das Ding endlich in den Händen zu halten. Auch wenn ich keinen bekommen habe. Denn der war innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. So, und dann kommen wir auch schon heute in die Software-Abteilung. Wie gesagt, eine ganz kompakte, knackige Nintendo-News heute. Aber so ist das halt manchmal. Es gibt natürlich Neuerscheinungen für die Nintendo Switch. Und das geht los mit meiner Freundin Peppa Pig. Und das greift den Stil der Serie ganz gut auf. Ich muss allerdings sagen, ich kenne es eigentlich nur von YouTube-Kacke. Und da ist es ein bisschen sehr witzig. Aber 39,99 Euro kostet das Ganze. Könnt ihr mal im Nintendo eShop gucken. Und zwei andere Spiele, tatsächlich neue Spiele, sind Crossroad Absturz. Ich verstehe es nicht. Aber für 4,35 Euro bekommt ihr einen Verkehrssimulator. Leider stand nicht mehr viel da in den Details drin. Das zweite ist Mini-Golf-Adventure für 4,99 Euro. Und Mini-Golf geht natürlich immer. Und ja, unter den Budget-Empfehlungen gibt es Rollercoaster Tycoon Complete Edition für 13,49 Euro. Und Jurassic World Evolution für 26,99 Euro. Also viel Spielzeit für wenig Geld. So, das war es mit der Nintendo-News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Daumen hoch, Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.